hallo youtuber und herzlich willkommen zum part 2 von let's play need for speed world so also den audi a1 clubsport konnte ich leider nicht mehr nehmen weil der code habe ich schon über meinen anderen account eingelöst und also den kann man nur einmal einlösen also ging das nicht mehr also werde ich jetzt mit meinem scirocco fahren ich muss jetzt die schatzjagd die muss ich neu beginnen weil ich die letzten paar tage nicht mehr gespielt habe und also muss ich jetzt wieder von vorne anfangen also tag 1 im prinzip wieder aber das erkläre ich euch gleich nochmal es dauert immer ein bisschen lange am anfang bis das spiel geladen hat aber sonst geht es eigentlich schnell so jetzt muss ich erstmal diamanten sammeln teleportieren wir uns mal zu den diamanten hier seht ihr hier ist tag 3 aber der leuchtet und also muss ich jetzt wieder von tag 1 an anfangen aber da kommt gleich nochmal ein info fenster wo ich es euch dann kurz vorlese und dann wisst ihr bescheid so jetzt so jetzt So, also jetzt wären wir hier bei den Diamanten, also wir werden jetzt schon mal auf, dass wir jetzt die Diamanten sammeln und ja, dann machen wir das gut. So, also jetzt als Geschenk, also als Belohnung bekomme ich jetzt wahrscheinlich wieder das gleiche wie beim ersten Mal und Geld denke ich bekomme ich auch wieder das gleiche wie alles. Wie gesagt, ich habe immer so eine kleine Beziehung hier am Anfang. Ja, also wenn man die Fahrt nicht aufbrennt, dann werde ich auch eine hoffentliche Zeitbefolge umfangen. So, jetzt muss man direkt werden und rennen. Normale Rennen und so, oder? Ja, jetzt probier ich mal. Ja, jetzt probier ich mal. So, jetzt filtrationin. Super. Das war's. Das war's. Das war's. Achtere Kampus. Was war ein? Er ist ein Kuss abgut zu tun, mit einem Zeitpunkt. Der Kumpel hat einen Kuss abgut. Das war's. Oh, man, das ist cool. Aber das ist schon mal. Es fehlt mir so, dass ich nicht mehr so. Ja, das ist schon mal so. So, das ist schon mal so. Da war ich hier um die Kurve rufen und dann mit den 2 Schatzen in der Hand. So, ich glaube, A1 trifft vorhanden. Dieser 1 Schatz, der mit den 2 Schatzen, Jetzt wiederholen, die letzte Pause, dann sehen wir uns ganz schön. Vielleicht kann es noch mal noch fahren. Ich weiß es auch, auch wenn man hier los geht. Und dann noch ein paar Wände. Das ist mal gut. Komm, komm, komm. Für das habe ich zu. Ich habe hier 57.520 Euro. Ich habe jetzt eigentlich schon hier in Japan. Ich habe hier die ganze Zeit runter. und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und ja, jetzt habe ich wieder einen Erfolg freigeschaltet, weil ich Level 5 bin. Oh, jetzt bin ich Level 5. Gucken wir mal, was ich bekommen habe. Müsste irgendwo bei L sein. Suchen wir mal. Hier, Level up, 2-Stande-Bremsen, Leistungsteil, 2-Stande-Bremsen, ja, die mache ich nachher gleich rauf, wenn ich jetzt in Unterschlupf gehe und dann, ja. Machen wir das erstmal kurz drauf. Dann kann man ja hier zwischen Inventaren, zwischen Store, hin und her schalten. Hier sind dann einige Brace-Bremsen. So. Also, ich denke mal, ich mache jetzt mal mein Chiroco noch ein bisschen schneller. Leichter und her. Also, hier wären die Motoren. 4 bis 3. 4 bis 3. 3 bis 4. Ich mache eigentlich immer alles auf Beschleunigung. Das finde ich eigentlich besser, wie jetzt. Höchstgeschwindigkeit. Beschleunigung ist eigentlich wichtiger. Ja, was kann man noch? Getriebe. Getriebe. Farrak. Getriebe. Farrak. Getriebe. Das hier. Das hier. Farrak. Nehmen wir ja noch. Zwei, drei, vier. Okay. Jetzt kann ich noch reifen. Habe ich da vielleicht was schon? Zwei, drei, vier. Drei. Was gibt's hier? Zwei, drei, drei. Zwei, drei, drei. Zwei, drei, drei. Zwei, drei, drei. Zwei, drei, vier, ja. Also nehmen wir mal hier meine Street Reifen. Weil die besser sind. Und die kosten mich ja nix. Ich hab nicht genug Geld. Fällt mir grad auf. Also das macht man weg. Das ist hier weg. So, jetzt reicht's. Also Individualisierungen beenden. Dann auf Speichern. So. Also jetzt kann ich erstmal wieder ein paar Vans machen. Geld verdienen. Jetzt hab ich wieder nur noch 13.000. Also Gamma. So. Was macht man für ein Rennen? Gucken wir mal. Was gibt's denn? Machen wir hier. Machen wir hier. Teamflug. Ne. Mochen. Das ist ja genau. Einiges Mal. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. So, es fliegt keine Fahrer, es hat ja niemand geschlafen, jetzt hat sie mich nicht gefangen. Schnell teilnehmen. So, ich fahre gegen eine Nissan Silvia. Er ist genau gleich schnell wie meine, also es schenkt sich nicht viel, meine ist sogar schneller. Er hat ein besseres Handling. Tja, dann gehts jetzt los, Arschmal. In Verfolgungsrennen bekommt man eigentlich das gleiche Geld, so wenn man dann auch so dann gehts jetzt los. Zentrale, 555 KM. Nur 6 Fahrer von Freiburgern ist gelaufen. Schalt ihn an. Okay, Roger, komm. Bedenkstige sind flüchtig, wir gehen auf Code 1. Kommt davon! Vorderen Neue 10, 30 Sekunden. Längst mich bei 10, 30 Sekunden. Längst mich bei 20, jetzt weiter in diese Ringzone, gerade vorher 20 ist abgestattet. Oh, vielleicht gar nicht, ist ein anderes Fahrzeug gerannt. Was in Wettung zieht hier? Äh, erst durch die Fahrzeuggeräte gerannt. Wir sind hier schon. Wo braucht ihr mich? Testen aber negativ. Wir sind wieder dran. Testen aber. Es sind gestraft und Sperrregel-Crash. Mal sehen, wie schwer es ihn erwischt hat. Längend von der Straße. Alle anhalten. Vorwalt halten. Er hat nicht gerannt. Vielleicht muss ich anhalten. Wir überholen den Eben und treffen ihn aus. Bleibt möglichst nah dran. Der Garten ist ein. Los! Stopp. Hier haben wir Einheiten. Alle verfügbaren Einheiten in meiner Position. Den Engel haben ihn voller Wicht. Den Engel haben ihn voller Wicht. Das war's. Das bringen wir uns. Schreibt den weiter auf uns zu. Wir haben die Straße gesperrt. Er ist durch die Straßensperre gefahren. Wir bleiben auf Code 3. Er ist durchgekommen. Er ist durch den Weg, als wir haben sie aus dem Abdeck. Achtung! 1067 auf der rechten Straßenseite. Der Fahrer lässt eine Lücke vorsichtig. Heisst der Fahrer ist durch den Weg. Okay, ich kette ihn jetzt auf. Wir brauchen noch schneller in Neue. Wir haben die Nagelwände auf der rechten Seite. Wiederhole, rechte Seite. Wir brauchen hier noch ein paar Schreifen. Schickt auch sofort alle verfügbaren Einheiten raus. Wir brauchen noch eine 10-3 und die ist recht. Los geht's, knapp die Neu, knapp die Neu. Das war's, wir haben ihn, wir haben ihn. Barra ist verhaftet, ich wiederhole, Fahrra verhaftet. Schicke Rettungsdienst zu eurem Startort. Ich bin noch gefahren, bin ich ja eigentlich egal. Ich verliere ja nichts. So, jetzt habe ich 309 Prestige bekommen und 2148 Dollar. So, jetzt mal gucken, ob der, nein, keine Lust mehr. Vielleicht kommt der andere. Warten wir einfach mal die Minute. Ja, gucken. Vielleicht meldet sich einer. Einfach mal abwarten. Oder nee, gehen wir mal in ein anderes Rennen rein. Vielleicht finden wir ja was müssen. So, jetzt können wir. Alles klar. Ich sehe euch das. Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Nee, da kommt niemand. In der Zeit mach ich mal was an meinen Chiroko. Vorbem zu. Was kostet eigentlich Fälle? Gucken wir mal. Wieso geht das immer so lange? So. Bodykits kann ich schon mal nicht kaufen. Und da hab ich auch nichts. Also Räder. Die meisten Räder kosten auch Speedboost. Aber kann ich mir ja nicht kaufen. Also nehm ich Felgen mit normalem Geld. Also mit Ingame Geld. Wo ich auch kaufen kann. Aber das geht zu lange. So. So. Mal so welche nehmen. Ja die sind schon wieder. Ich glaub ich nehm die. Ach so. Ja die nehmen. 12.000. Dann machen wir noch andere Folgen. So jetzt werd ich da kurz gucken. Tiefen. Tiefen. Kostet 2. Achso ok. Das kostet auch Speedboost. Würde natürlich viel besser aussehen. Aber ich kann's mir noch nicht leisten. Aber ich kann's mir noch nicht leisten. Also da nehmen wir. Dann nehmen wir. Geschenke. Ja ok. Schau noch rein. Nur natürlich. Ok. Ich hab mal zum Rackieren. Guck mal was für Farben hier. Das ist den Chirocco hier mal. Echt weiß. Was. Ne. Schmerz. 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 Hm. Was für ne Folge. Könnt' ich den denn machen? Ah. Ist zu teuer. Was gibt's noch? Gelb. Ne. Was gibt's noch? Ich lass ihn jetzt mal so. Grün. Mal so. Echt schwarz. Guck mal. Ja. Ich lass ihn so. Regisierungen ein. Ich speichern. Frische Farbe. Wieder Erfolg erreicht. Mal gut was ich jetzt bekomme. Perfekt kann ich nicht. Ich hab zu wenig Geld. Eller müssen wir jetzt mitmachen. Ja, wir gehen hier auf die Wende, wo wir am Durchscht auf die Polizei verfolgen, an Kugel. Und hier ist Glückspot, Nissan Skyline, Lamborghini Countach, Skyline. Das ist ein bisschen spannend. Die Jaguar Augen sind so. Na gut, guck ich mal so lange, dass ich freigeschalten hab. Es müsste unten eine F sein. F, F, wo ist das? Ja, F. So, hier, also ich hab gewonnen. Zehnmal Nitro. Jetzt müssen wir die Schneidteile nehmen. Ja, ja, ok. Schneid. Ah, krass. So. Ja, toll, jetzt sind da keine mehr drin. Keine Spieler mehr. Das muss ich halt warten. Oh, Mann. Immer diese Warterei. Wieso kann man nicht einfach alleine gegen die Polizei dann fahren? Dann bekommt man schon genug Geld. Muss nicht auf die anderen warten. Jetzt komm. Na, jetzt wär einer gekauft. Na, jetzt wär einer gekauft. So, da sind jetzt ein paar. Ich frage gegen den Pontiac GTO. Gegen den Corolla GTS. Und gegen den Nissan 240er. Was ist das? Korolla GTS. Und gegen den Shiroko. Ich bin, glaub, der Langsamste bei dem Rennen. Außer der GTS. Der Corolla. Ich glaub, der ist noch langsamer wie ich. Aber bei Verfolgung heißt es nie, dass der schnellste Waren gewinnt. Da ist meistens immer nur die Technik oder wie man fährt, zählt immer. Komm. Zertraue, es hat vor 1, 4, 6 und 9, mit Gern am Rasen, das ist jetzt leichter, ich habe jetzt sofort Zeit. Roger, komm. Ich glaube, es besteht jetzt Köln-Rasen. Wir müssen den Typen einkesseln. Der Typ ist einfach durch die Absperrung geheim. Und wir haben vor euch die Straße gesperrt. Bitte meldet eure momentanen Situation. Das war's! Die Absperrung hat ihn gebremst! Alle Verfolger haben vor euch die Straße gesperrt. Jagd ihn in unsere Richtung! Das war's! Das war's! Das war's! Wir haben die Straße vor euch gesperrt! An alle mobilen Einheiten, los holt ihr euch! Das war's! Das war's! Ja, dring ihn in die Straßensperre! Lass ihn da nicht mehr raus! Das war's! 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 An alle Einheiten, Fahrer ist festgenommen. Verfolgung aufgehoben. Ja, und da haben wir knapp 10.000 Plikern. Jetzt reicht das Rennen nochmal. Schreibt den, die sollen warten. Jetzt ist ein Tampadron mit einem bisschen höheren Level. Ja, mal gucken, was rauskommt. Ob sie auf mich hören oder nicht. Das werden wir gleich sehen. Wir haben jetzt schon ab und rechts eine Frage. Hat der jemanden geführt? Okay, ich sehe ich hier. Alles klar, schnappt mit euch. Haltet ihn auf. Hab, ihr deckt. Übernehmt das Kommando. Rohrer 20 ist abgesperrt. Sonst wird's rum. Das kann ich tun. Macht Platz, ich ramme ihn jetzt. Das geht los. Boah, der blockiert mich. Ich komm nicht ran. Ja, ist nicht da. Der Fahrzeug ist gut. Wir haben ihn jetzt direkt in die Spelle gefahren. Nein, bleibt noch nicht dran. Ja, wir brauchen wohl noch eine Spelle. Ich versuche mit einem 10,25. Armin, genau da, wo wir ihn haben wollen. Für euch ist abgesperrt. Kommt nicht an ihm vorbei. Das sind ja aktuelle Situationen-Meldungen. Ich schlage unsere Hände, hier. Bleib mal drauf, leid. Hey, ist die Straßensperre gekriegt? Schmeiß ihn wie schwer, sie nervischt hat. Jetzt kam es nervischt. Der Typ ist immer noch mobil, nur leichte Schäden. Ich kann ihn von der Straße bringen. Das war nicht. Ich lege jetzt first. Kontrale, wir brauchen hier noch ein paar Streifen, schickt uns sofort alle verfügbaren Einheiten raus. Er hat die Ausführung gefahren, er fährt weiter. Okay, ich bring den Kerl jetzt durchstehen. Geht los, Leute, jetzt! Stoppt ihn sofort. Ich kann ihn nicht überholen. Ah, verfolgt ihn weiter in diese Richtung, setzt ihn direkt in unsere Absperrung. Gut, sechs noch immer montiert, wiederhole, gut, sechs fährt nach, setzte Verfolgung fort. Versucht euch die Blockade zu brechen, schnappt ihn euch! Also so, ich verkommt. Wir haben ihn, haltet euch bereit. Er ist langsam genug, er geht mal hervor. Kontrale, wir brauchen hier noch ein paar Streifen, schickt uns sofort alle verfügbaren Einheiten raus. Weitere Bodeneinheiten wurden gerufen und sich unter mich. Okay, ich schließe mich der 787 an. Wir haben unseren Altsbereiter zum Börsenfahrzeug gerannt. 745, 745. Wenn ich reingehe, fahrst du zur Seite. Er ist durch die Straßensperre gefahren. Ich komme nicht an ihm vorbei. Er bleibt mal kurz, wir sind was anderes probieren. Wir bleiben auf Code 3, er ist durchgekommen. Jetzt nicht nachlassen, Leute. Lass an ihm dran. Geht klar. Hohoho. Zur Seite, Leute. Ich stoppe den Kral. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Der lässt mich nicht vorbei. Gut, sitzt noch immer mobil. Wiederhole, Code 6 fährt nach. Sette Verfolgung fort. Dann alle verfolgen. Die Straßensperre ist jetzt vor euch. Okay, ich bringe den Kral jetzt durchstehen. Mal Platz, Leute. Jetzt. 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 Mal gucken, was ich jetzt. Bekommt. Ja, da bekommt man schon viel mehr Geld. Ich werde auch schon mal 2000 mehr goldene Karte auswählen. Welche nehmen? Hier mal die Power 3x Nitro. Dann muss ich mal meinen Erfolg angucken. Was ich gekriegt habe. So, was mit H. Auch da. Müssen wir mal gucken, wo das ist. Da war es. Also ich bekomme Team Notfallmanöver. Also ich würde mal sagen, das war es jetzt für heute. Und dann bis zum nächsten Mal zu Part 3.